Wow! Ja. Hallo und guten Morgen auf diesem Kanal. Ich wollte nochmal ein kleines Vlog-Video machen auf meinem neuen Kanal. Ich habe schon mit zwei anderen Freunden von mir einen Let's Play Kanal. Aber ich wollte jetzt auch noch mal selber so einen kleinen Vlog-Kanal machen hier. Ja, deswegen, das ist mein erstes Video auf diesem Kanal. Und ja, ich wollte eigentlich einfach nur mal, ja, also es kam eigentlich darum, ich wollte euch eigentlich nur ein Buch vorstellen. Weil ich das einfach so genial finde, dieses Buch. Also es ist folgendes, ich kann das mal, das ist das, vielleicht nicht mal, das Buch heißt Extinction. Und das ist am 2. Januar rausgekommen, also dieses Jahr, 2015. Und ja, es geht halt in dem Buch um einen Soldaten, Jonathan Jäger. Ja, der ist vorher im Irak, im Irak, ja genau. So, er war im Irak bei einem privaten Security Service. Und ein Mann kam und hat ihm gesagt, er soll in den Kongo gehen, um einen speziellen Auftrag zu machen, wo es um viel Geld geht. Und er hat den Auftrag angenommen und, ja, er wurde in den Kongo gebracht, nach Afrika, zu einem anderen, ja, privaten Security Service. Oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie es gemeint ist. Auf jeden Fall lernen sie da halt die Situation kennen in Afrika. Und sie sollen eine Viruserkrankung aufhalten oder aufhalten, dass sie sich weiter verbreitet. Oder es wird ihnen gesagt. Aber in Wirklichkeit sollen sie einen Jungen suchen, der übermenschliche Kräfte und übermenschliche Intelligenz verfügt und ihn töten. Aber Jäger will das nicht und haut mit dem Jungen ab und den Rest könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. So, ähm, das war's dann erstmal für die Buchvorstellung. Ja, Buchvorstellung will ich es jetzt nicht nennen, aber ich wollte einfach nur mal euch das Buch empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute es bei meinem ersten Video auf diesem Kanal gucken werden. Ich denke mal nicht sehr viele, weil unser anderer Kanal auch nicht sehr erfolgreich ist. Ähm, ja, ihr könnt mal reinschauen. Ich packe den Link in die Beschreibung. Import Racing LP. Ja, und, ähm, ich kann noch mal das Buch in die Kamera halten. Hier, dieses Extinction heißt das Buch. Ähm, kostet in deutscher Ausgabe 14,99 Euro und in österreichischer 15,50 Euro. Wenn das noch stimmt, ich hab's für den Preis bekommen. Ähm, kann auch sagen, dass es jetzt, also es ist seit dem zweiten Januar draußen. Und, ähm, ja, ich wollte einfach nur mal diesen kleinen Video machen, aber das war's dann. Für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.